Wenn du als Coach oder Heilerin immer noch auf den Geldfluss wartest, den du dir wünschst, wenn du immer noch nicht mit deinen Wunschkunden zusammenarbeitest, die dich wertschätzen und mit denen es totale Freude macht in deinem Business, dann kann es daran liegen, dass du noch einige Traumata aus deiner Kindheit oder auch Karma aus früheren Leben noch nicht verarbeitet hast, dass das noch auf deinem Fluss für die Kunden und für die Umsätze steht und vor allem, dass du wirklich Freude hast an dem, was du tust. Möchtest du Dinge endlich mal auflösen, dann komm gerne in meinen kostenfreien Live-Workshop. Wir starten am Sonntag, am Montag geht es weiter und am Dienstag feiern wir schon deine Durchbrüche. Du wirst noch vier weitere Handbremsen kennenlernen, die du selbst lösen kannst, wozu du uns nicht brauchst. Wir geben dir alles an die Hand und freuen uns, dass wir mit dir am Dienstag gemeinsam feiern können. Bis dann, meine Liebe. Wir sehen uns.